Willkommen, dass das Medieninteresse groß ist, das haben wir gemerkt. Es gibt ja eine ganze Menge an Anmeldungen zu Veranstaltungen an diesem Wochenende hier in der Landeshauptstadt und auch in Heidenau. Auf der Grundlage dieser Anmeldung hat es in der Polizeidirektion Dresden eine entsprechende Lagebewertung und auch eine Kräfteplanung gegeben. Auf der Grundlage dieser Kräfteplanung haben wir versucht, aus eigenen Kräften alles Verfügbare zu mobilisieren. Zusätzlich dazu noch landes- und bundesweit entsprechende Kräftebedarfe angemeldet. Trotz alledem ist es nicht gelungen, die Lücke zwischen dem Bedarf und den zur Verfügung stehenden Kräften hundertprozentig zu schließen. Diese Grundlage hat dann gestern in dem Landkreis Sächsische Schweiz die Versammlungsbehörde eine Allgemeinverfügung erlassen. Die Allgemeinverfügung gilt über das gesamte Wochenende für das Stadtgebiet in Heidenau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017